Die hierzu erwerbende modernisierte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1986 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Doplex-Garagenplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 118.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.